Ja hallo YouTube und LR Check! Heute wieder ein neues Video von mir und heute mache ich mal einen kleinen Screencast um euch mal den neuen Onlineshop von Hubert Light & Sound vorzustellen, weil ich finde die Jungs machen wirklich eine gute Arbeit und haben auch wirklich viel Arbeit in den Shop reingesteckt und deswegen zeige ich euch heute mal ein bisschen den neuen Shop und ja ich würde sagen wir starten mal direkt und als erstes fällt mir auf auf der Startseite ist natürlich alles komplett neu designt. Das Design ist komplett neu erstellt worden und ich finde es sieht auch wirklich sehr schön und übersichtlich aus. Man hat wirklich, ist für die Bedienbarkeit der Seite auf jeden Fall sehr von Vorteil und ja was haben wir hier alles für Sachen? Wir haben natürlich einmal hier oben so eine kleine Werbe, so eine kleine Produktplatzierung, welche Sachen gerade so aktuell sind, was es für neuere Produkte gibt. Dann haben wir hier natürlich unten eine kleine Übersicht von den Produkten, die wirklich öfters gekauft werden, denke ich mal. Des Weiteren haben wir hier unten so eine kleine Box, wo dann immer so spezielle Sonderaktionen laufen, die ihr wo ihr auch hier seht, wo ihr noch genau 4 Tage, 11 Stunden, 16 Minuten und 32 Sekunden habt, bevor ihr wieder mehr Geld für die Eurolight MRT war bezahlen müsst und von daher könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen, da sind auch wirklich die ein oder anderen Schnäppchen dabei und ich finde das wirklich eine sehr coole Idee und ja. Des Weiteren haben wir natürlich hier oben unsere ganzen Kategorien, da ist jetzt auch mehr dazu gekommen, zum Beispiel hier Zubehör, Cases und Taschen und Dekoration, das ist auf jeden Fall jetzt auch mit in den Kategorien aufgenommen worden. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal in die Unterkategorie Lichttechnik, LED Lichteffekte und da sehen wir auch schon hier unsere ganzen LED Lichteffekte und da ist wirklich auch jetzt einiges drin, also wir sehen hier zehn Seiten, das ist auch schon einiges an Auswahl. Das Sortiment hat sich jetzt auf jeden Fall auch um einiges vergrößert bei Hubert Light & Sound und das ist auf jeden Fall schon eine coole Sache. Des Weiteren kann ich hier oben natürlich jetzt noch filtern, wenn ich sage, okay ich finde jetzt Eurolight nicht so toll, ich finde Showtech nicht so toll, dann nehme mir doch mal lieber, ich will nur ADJ-Effekte, dann klicke ich hier auf ADJ-Effekte und dann zeigt er mir natürlich auch nur alle ADJ-Effekte an. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache. Ja, wir haben jetzt ja hier natürlich unsere Übersichtsseite, wo ich natürlich dann auch noch, wenn ich jetzt mal sage, okay ich will zum Beispiel jetzt mal mir einen ComScan angucken, wenn ich da draufklicke, gelande ich direkt auf der Produktseite und ich finde die Produktseiten sind auch sehr wirklich sehr gut und übersichtlich gestaltet, nicht zu viel Information, aber auch nicht zu wenig. Ich habe hier direkt mein Video, wo ich mir das direkt angucken kann und das ist auf jeden Fall schon eine coole Sache, weil ich dann auch so direkt sehen kann, wie der Effekt überhaupt aussieht im Raum und habe hier drunter natürlich meine ganzen entsprechenden Fakten von dem Gerät und das ist auf jeden Fall schon eine coole Geschichte. Ja, in jedem Online-Shop für Veranstaltungstechnik darf natürlich eins nicht fehlen, das Stage Tape und Gaffer Tape. Das ist natürlich auch wichtig. Das sind natürlich Verbrauchsmaterialien, die ich auch immer regelmäßig brauche und die ich mir natürlich hier auch bei Hubert Light & Sound entsprechend bestellen kann. Ja, das war so eine kurze Übersicht über den neu releaseten Shop von Hubert Light & Sound. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen auf hubert-shop.de und ich habe euch natürlich den Link auch noch mal unten in die Beschreibung gepostet. Und ja, schaut doch einfach mal, vielleicht ist ja auch was dabei. Ihr könnt gerne ein bisschen stöbern und hier sind natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel diese Hubert Party Power Packs. Die sind natürlich zum Beispiel auch für den Partykeller wirklich super geeignet, wie ich finde. Und da könnt ihr auch einfach mal vorbeischauen und ein bisschen schauen. Vielleicht ist auf jeden Fall was für euch dabei. Und ja, ihr könnt natürlich die Leute von Hubert Light & Sound auch anrufen. Da findet ihr einfach hier unten auf der Seite die Telefonnummer. Da könnt ihr sie auch gerne anrufen und die beraten euch dann natürlich auch gerne, falls ihr dann noch irgendwelche Fragen haben solltet. Ist auf jeden Fall sehr lustig auch mit denen zu telefonieren. Und ja, das war das kleine Video. Und wie am Ende sage ich, practice and enjoy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.